Hallo zusammen und willkommen bei der CKW Berufsbildung. Auf meinem heutigen Arztplatzhut hast du einen super Ausblick auf die 14 Lehrprüfe bei der CKW. Kommt auf Mittag auf die Reise, meine Kollegen und Kolleginnen erzähl dir, warum wir bei der CKW die Lehre machen. Respekt, Realität und gegenseitiges Vertrauen sind Grundlage dafür, dass wir möglichst gute Wünscheleistungen erzielen können. Und dann können wir jetzt weiter schaffen. ZKW fördert jeder Einzelne von uns und bildet die Chancen, uns weiterzuentwickeln. Ich bin jetzt einfach gekommen. Wir linden Tommy Wacht auf euch. Wir motivieren unsere Lernenden. Dabei setzen wir den Menschen in den Mittelpunkt. Gesundheit, Zufriedenheit und Motivation sind die Grundlage unserer Zusammenarbeit. Ebenina, was meinst du, wenn wir die Storen der Südfassade auf die Abtoren der Umverteilung 1.1 hängen? Modus ist sicher eine gute Lösung, ja. Was meinst du, Andreas? Umsetzbar? Ja, das kann man problemlos umsetzen. Sehr gut. Wir von der CKW sind interessiert an der neuesten Technologie und den Trends von morgen und setzen die Füße an. Alexa, wie ist das Wetter heute? In Emmen beträgt die Temperatur aktuell 16 Grad Celsius bei klarem Himmel und Sonne. Der heutige Wetterbericht sagt teilweise ein saisonniges Setup um aus. Mit Erwerbungsgruppe 4 und 7. Bei der CKW nimmst du Verantwortung und du hast einen Beitrag an die Gesellschaft von morgen. Ah, da kommen wir gleich noch Fabian und Manuel. Hi Melanie. Hallo. Ich bringe dir noch die Berufsbildungsbroschüre, die du bestellt hast. Super schön. So, und wir gehen jetzt nachher zum Nikola. Der hat nämlich auch noch einen spannenden Arbeitsplatz. Wir bei der CKW setzen uns mit attraktiven Rahmenbedingungen für das Wohl von jedem Einzelnen ein. Und jetzt zeige ich euch noch, wie wir unsere Pausen und unsere Feierabend verbringen. Kommen doch einfach mit. Hoi zusammen. Hallo. Und bei euch funktioniert es? Ja, typ doch. Hoi Nikola. Hoi zusammen. Und was bespreche ich dir an? Hoi. Wir sind gerade am Reden über unsere nächste Lehrlingsausflug. Und das erste Mal in das neue Event gekommen ist. Okay. Ihr seht, bei der CKW läuft immer etwas. Und darum mach auch du deine Lehre bei der CKW. Und dass du kannst, wenn du eine appliere lasst. Und dann würdest du dich chordieren.